Dieses Buch widme ich den Persönlichkeitsseiten in uns Menschen, die niemand haben will. Den Anteilen in dir, die du ablehnst, weil du dich von ihnen in deinem Leben gestört oder vielleicht sogar gepeinigt fühlst. Denen, die beispielsweise depressiv sind oder übermäßig viel essen wollen, die viel Angst haben oder schnell unter Druck geraten. Den Ich-Seiten in dir, die dich immer wieder den falschen Partner oder die falsche Partnerin wehen lassen oder die dich in andere, kraftraubende Beziehungsproblematiken stürzen. Ich möchte dieses Buch den Seiten in dir widmen, von denen du meinst, dass dein Leben ohne sie besser, leichter oder schöner wäre. Es ist ein Weckruf für eine neue Begegnung mit dir selbst. Dieses Buch eröffnet dir einen neuen Blick auf dich selbst und dadurch inspirierende und unterstützende Impulse für deinen inneren Weg.